Ein ganzer Fernsehsender für ein einziges Buch. Die Bibel. Bibel TV. Komm man, wir können was Bahnbrechendes tun. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Über Satellit, Kabel, IPTV und DVB-T. In mehr als 40 Millionen Fernsehaushalten in ganz Europa und im Internet per Livestream weltweit. Das ist fantastisch. Bibel TV. Ein Sender für alle. Spielfilme, Dokus, Talk, Magazine, Lebenshilfe, Musik, Bibellesungen, Kinderprogramm und noch viel mehr. Alles nur nicht langweilig. Ja, ja. Oh, das war so schön, Mann. Ja, ja. Bibel TV. Das christliche, werteorientierte Fernsehprogramm. Mehr als 35.000 Spender und zahlreiche Programmpartner machen's möglich. Bibel TV. Der christliche Familiensender. Vielen Dank fürs Zuschauen. 我們 Nomplaatsch. Schaut her. pulses machen ins 여러분들.